und hallo zu einem neuen stream beim lebende soldat 1437 heute mal brawlhalla ich spiel mit controller das könnte man vielleicht hören so eigentlich habe ich den titel geändert weil er hat mich gefragt und da stand dann so titel ändern ja habe ich gesagt junge an der attacken bringen halt einfach nichts das ging aber fest nein 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 ja er springt einfach mit mir und geht dann einfach auch auf mich ich hasse diese waffe weil die so ein scheiß weil die so scheiße ist ach komm alter wo bin ich denn da drüben schwarz Junge das ging schnell ach komm schon spiel ich hab so keinen bock mit dieser waffe ich will nicht nochmal runter du arschloch ja er springt drüber und ich mache nichts was komm 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 schon alter der schießt immer er macht immer genau dort wo ich grad mal da bin alter ist nackt so hart ja endlich alter ach scheiß ich drauf alter das als startbild alter ja da müsste ich ins internet gehen und das ändern ja ich hab hier grad nicht besser was ich bin lieber etwas schneller das ist immer glaub ich so zum warmspielen oder so kurz weiß weiß ich oh Tim Yumiko ey bist du dabei Tim what the fuck oh ne achso das ist ja mein Gegner pfff ach ich dachte eben ich wär jemand anders ratata was die kann jetzt aufladen oh oh alter diese Yumiko ist so eine Schlampe ey pfff 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 aaaaah ich hasse diese Schlampe Yumiko alter die die teleportiert mich die ganze Zeit weg ey what the fuck pfff don't bully don't bully don't bully hey die schubst mich die ganze Zeit weg und wenn ich sie attackiere passend nischt don't bully us hey ich kann nischt tun es ist einfach unmöglich die hackt doch irgendwie ah man warum ist meine charakter da wo bin ich denn alter da unten warum war ich da oben ah don't bully immer noch ah scheiß Schlampe ey soll verpissen ey die hackt doch irgendwie ich komm gar nicht zum schlag und ich hab verfickt nochmal die schnellsten Schläge ich schlag am schnellsten wie kann die da überhaupt dazwischen funken das 4 f 5 Prozent 4 und das 4 5 sex sagen oder Nein, endlich! Nö, sag ich nicht, 3G, alter. Hm. 3, 2, 1, brawl! Alter, der macht hier voll glatt, alter. What the f... Ich kann nicht mal springen, wenn der da angreift. Voll übertrieben stark sind die, ja. Alter, die bullien alle, alter. Alter, ich kann mich nicht mal ordentlich bewegen. Was, Junge? Pfff! What the... Willst du mich verarschen spielen? Ey, ich kann nichts machen! Nichts! Alter! Junge! Hm! Hängen die oder so? Oder warum werde ich die ganze Zeit getötet ohne jegliche Gründe? Ich kann nichts mehr aufファarsch vom Ich kann das nicht mal an Tommyınd. Ich kann meine Brüttel nicht weiterreden. Auch was die. Oh Gott! 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 Warum ist meine Waffe jetzt weg? Ich kann gar nichts machen. Meine Waffe war einfach weg. Oh ja, schnipps halt mit dem Finger und ich bin weg. Weil das so geht. Ich kann nichts machen. Oh ja, schnipps halt mit dem Finger. Oh ja, schnipps halt mit dem Finger. Oh ja, schnipps halt mit dem Finger. ähm äh ja unlock it, gell, cool komm, mach mal die hier 3, 2, 1, brawl brawl Alter, ich hatte ja nicht mal die Chance dorthin zu kommen, weil der einfach viel zu schnell ist Sponsored by EA Ah, man Quatsch Oh Ey, Alter, ich hasse Thor Ich hasse Thor, Alter Der ist überstrieben stark No Balli Alter Was haut der denn für Moves raus, dass ich die ganze Zeit einstecke? Ohne jegliche Pause Ich Ich drücke X Ich drücke X Ich drücke immer noch X Ich drücke immer noch X Ich Ich Das war's. Das war's. Das war's. Was wollte ich jetzt... Was weiß ich, was ich wollte. Mal ganz normal spielen. Was? Warum bin ich denn unten? Ich hab geguckt. Bei mir im Auge war es so, dass ich noch oben war. Und ich habe verfickt nochmal gute Augen. Über dem Scheißwert, den man bräuchte heutzutage. Alter, die hacken doch... Ich mache... Endlich mal die gute Attacke auslassen können. What the... Er schießt mich einfach vorher weg. Ich kann gar nichts machen. Die hacken. Ich bin immer wieder sofort raus. Das macht einfach null Spaß. Das macht Spaß. Ich weiß. Das war's. Das war's für heute. Hm. Warum grüßen wir eigentlich immer wieder gegen solche Typen? Gegen solche Spitze, Alter. Ich hasse es. Mein linker Daumen tut auch schon weh, eh. Weil ich eigentlich so viel mache und es aber im Spiel einfach nicht angenommen wird. Wild Hex. Das zum Beispiel nicht möglich. Spring doch einfach mal. Ja, wie denn? Ey, wie denn? Ey, das finde ich so einen Scheiß, ey. Du bist einfach hier. Ihr seid solche Piece of Shit, Alter. Ey, warum... Er schießt nach oben und unten, obwohl ich gesagt habe, er soll nach links schießen. Cool, danke, Spiel. Ich habe auch geschlagen, bevor sie es gedrückt haben. Aber lassen wir es. Ich drücke X, um das aufzunehmen. Nicht um so einen Scheiß zu schlagen, Alter. Wo bin ich denn eigentlich schon wieder alleine? Es regt mich auf, ey. Die springen immer alle über meine Schüsse drüber. Hallo? Ja, ihr seid alle scheiße. Da will man nicht applaudieren. Ja. Was ist das? 3, 2, 1, brawl! Komm, alter! Schlag, wenn ich das sage und nicht irgendwann später, wenn dich der Feind schon getroffen hat. Gut. Ey, verpiss dich! Ey, dann drücken die immer wieder nach, ey. Ich hasse es! Da weiß ich ja ganz genau, warum ich das Spiel eigentlich nicht installieren wollte. Weil es einfach solche Wichser gibt. Und dann auch noch solche Attacken, die ihnen das auch noch ermöglichen, ihre Quack-Wichskräfte anzuwenden. Guck, genau so. Derjenige ist jetzt an Krebs gestorben und ich möchte, dass alle genau so sterben. Alle Menschen, die hacken. genau an der gleichen Krankheit, die ich soeben erwähnt hatte. Einfach normale Attacken spammen! Äh! Oh, äh... Oh, äh... Äh, ich hasse es. Red Team wins! Oh! Das war's. Warum Rahmen? Die kennen sich wohl bei der Map aus, dass die Darts spawnen oder so. Die Waffen als allererstes. Oder wie? Sonst kann ich mir das nicht erklären. Alter. Ey, ich werd die ganze Zeit weggeschlagen. Ich kann's... Ich halt's nicht mehr raus. Das ist doch so ein Scheiß. Jetzt lasst mich doch mal. Das sind doch so welche Peace of Shit hier. Ja, er tritt mich einfach weg. Ja, ist klar. Im Sprung. Ey, der hat die ganze Zeit seine Kombo eingesetzt. How? Ja, geh auf mich. Ist das so schnelle Reaktion? Das gibt's nicht. Was? Okay. Das war's für heute. Das war's für heute. Okay, das war's jetzt von mir. Ciao.